herzlich willkommen bei panasonic ich bin mike bolatzky und jetzt geht es um das thema pay tv bei unseren quadro tunern mit twin concept das heißt habe ich ein tv gerät von panasonic mit einem twin tuner habe ich ohne weiteres die möglichkeit nicht nur free tv zu empfangen und anzuschauen sondern natürlich auch die pay tv angebote zu nutzen damit diese korrekt entschlüsselt werden benötigen wir natürlich das entsprechende modul dafür auch hier wird unterschieden in den jeweiligen empfangs wegen zum beispiel wenn es um das thema dvb t2 hd geht dort haben wir auf der einen seite frei empfangbare sender wie den gesamten öffentlich-rechtlichen bereich und auf der anderen seite das privatfernsehen was in hd ausgestrahlt wird also genau wie bei ard und zdf aber nicht frei empfangbar ist sondern verschlüsselt ausgestrahlt wird damit wir das natürlich sehen können benötigen wir ein entsprechendes modul und das wird bei unseren geräten dann in das sogenannte common interface also eine schnittstelle dafür gesteckt bei dvb t2 hd handelt es sich dabei um das free net modul was sie dazu kaufen beim fachhandel und dergleichen und dann dieses modul in den entsprechenden slot dafür stecken um die programme entschlüsseln also sichtbar machen zu können sind sie aber nicht bei dvb t2 hd unterwegs sondern sie sind kabel kunde zum beispiel bei vodafone oder unity media im falle von vodafone brauchen sie dann vom anbieter ein entsprechendes modul was dann für die kabelnetze zuständig ist und dort halt die verschlüsselten zum beispiel privatsender entschlüsselt das gleiche gilt dann für die empfangsbereiche dvb s also via satellit dort gibt es zum beispiel dem programmbereich hd plus da findet man eine vielzahl an hd sendern die ebenfalls überwiegend aus dem privaten sektor kommt dort benötigen sie die benötigen sie dann ein passendes hd plus modul zu guter letzt gibt es dann natürlich auch noch sky im satellitenbereich und auch hier werden von sky entsprechend das wird ein entsprechendes modul angeboten was sie dann nutzen können damit sie bei unseren geräten mit twin tuner auch zwei verschiedene anbieter nutzen also entschlüsseln können haben wir natürlich daran gedacht nicht nur zwei tuner einzubauen sondern auch zwei steckplätze für zum beispiel zwei module das wäre also auch in diesem fall kein problem selbst wenn sie bei unterschiedlichen anbietern sind zwei davon gleichzeitig zu benutzen panasonic